Auf die Plätze, fertig, rutsch! Hau ab! Ein 2! Wie viel hast du? 2, ne? Ja. 3! Donnerwetter! 2, oder? Ich hab 2! Die müssen auch ab. Waren sie doch, oder? Ja, die müssen ab sein. Also nur berühren zählt nicht. Umgeschmissen, oder? Ne, durchtrennen. Es zählt nur durchtrennen. Nicht umschmeißen. Hallo, ihr habt mich voll irritiert! Darf ich doch nochmal aufheben? Bongos! Wir waren da. 3! Nein, er ist an 2, ne? Ja, ich hab ja genau den Eindruck steifelt. Bleib mal oben! Pause! Oh! Hey! Hey! Ein, der ist kaputt gegangen! Und, da kommt der Nächste. Ich hab ja echt getroffen! Oh! 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 2! 2! 2! 2! Ah, jetzt! Stählt eigentlich als 3! oh! 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 Da kommt der Nächste! Oh! 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 Ich sag, da geht man lieber weg hier, ey. Weg da hinten! Da kommt der nächste. Er versucht auch die Stange abzufliegen. Da waren keine Stangen mehr, es ist so eine Schweinerei hier. Na, kommt noch einer. Oh, nix erwischt. Nix erwischt. Zählen jetzt die Halben auch noch? Was ist mit dem Olli? Also der Olli, seinem Flieger zählt noch 5 Punkte extra. Von denen hätte jetzt noch einer abfliegen. Ja, 5 Punkte extra. Ja, es stehen noch ein paar Stangen, ne? Eins, zwei, drei, vier, vier. Das lag, wo der ist. Wollt er durch? Ich glaube, ja. Oh, hey! Bodenbohrung zählt nicht, ne? Oh, ja. Ich bin froh, wenn ich keine Zangebohrung habe. Oh, aber nicht durch. Alter, ich habe hier überhaupt keine Kontrolle mehr über die Gurke. Geht mal lieber alle ein paar Meter weg. Oh, der war zu viel. So, jetzt muss ich mich noch konzentrieren. Schön. Das ist schön. Sehr schön. Au! Der hat jetzt noch Angst gemacht. Da kommt das nächste Stück direkt. Ui! Ganz viel. Und der nächste. Wo? Naja, nix. Noch einer. Oh, oben drüber. Und der? Schon so klein. Wo steht denn da noch was? Hier vorne. Sieben an dem Halb. Sieben an dem Halb. Boah. So tief, aber es waren einfach keine Stangenbohren. Au. Au. Ja, die sind gerade noch da. Gut, jeder noch einen Anflug. Einen Anflug? Der letzte Anflug. Dann wollen wir den auf den Rücken. Boah. Aber die Akkus sind ja noch voll. Ja gut, dann... Ja gut, bis der Akku tot ist. Stehen auch noch Tide da. Mhm. Ja, ein Tide noch dabei. Ja, der eine liegt da. Oh, schöner Kat. Ich wollte eigentlich in vorne dran. Aufstehen, ja, da kann ich auch. Schöner Kat. Aufstehen, süß. Leonie sagt, dein Flieger soll aufstehen, Olli. Oh. Der liegt da. Der kann nicht mehr fliegen. Ja, der kann nicht mehr aufstehen. Ja, der kann nicht mehr aufstehen. Super, super. Oh. Oh. Da kommt noch eine. Oh. Oh. Und auch oben wieder. Und auch oben wieder. Das ist immer schwieriger. Oh. 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 Verdammt. Oh. Die sind zusammengestoßen. Sorry. Machst du das? Ja. Danke. Ach, ich hab noch einen. Oh. Bis zur zweiten Runde müssen die Finger wieder fit sein. Bei mir ist es richtig. Bei mir ist es richtig Schaden jetzt. Das geht doch mit der zweiten Runde noch. Da geht auch nichts mehr, ey. Ich hab, glaub ich, auch keinen Motor mehr. Oh. 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 Warte, warte, warte. Oh. Einmal durch alle durch. Von Joachim. Wow. Hei. Mau. Zées. Wah. Siebens. Aua, aua. Ich hab' acht. Drei. Aua plus ein Modell. Ich glaub' da ist nicht mehr viel mit hat. Boah, kommsa. J' enemies. Motor läuft nicht mehr. Hunter läuft doch nicht mehr. Doch? One. Oh. Ja, der Olli. Ja, ich houd' meh. Stellen wirBI. Ja, der Olli. Nur noch mal Leben einhauchen. Frau Joachim, hol dir das Ding. Da Hemmungen irgendwie so tief anzupacken. Ja, ja. Das auch. Wenn alle nicht mehr viel. Endlich ein Grund, den anderen mal fertig zu machen. Oh, 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 oh. Luftschraubbelung. Wie viel hast du jetzt? Acht. Na also, kannst doch gewinnen. Komm, zwei gehen noch. Du lindst noch ein paar, kannst doch gewinnen. Du lindst noch zwei Stück, dann hat er mich. Tschüss. Was ist mit dir weg, ey? Wir brauchen eine Opferparade. Lass mal liegen. Ich hab mich so auf den Anflug hier konntet. Zweiter Platz. Dankeschön. Andersrum. 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 Wir leben gerade noch länger in der Luft. Auch gut, ich nehm auch ganz weit. Wunderschön. Ah, ich hab meine Leitwerke wieder. The one and only. Nee. Ich hab schon mal den zweiten gemacht. Den Nummer eins und drei zur Dopingprobe. Ich wäre ja noch flugfähig. Wir haben dieses Jahr nicht geübt. Nummer eins zur Dopingprobe, aber ja. Ja. Bitte so, dass man meine Brust nicht sieht. Ja, hast du sowas davon. Okay. Danke. Ja. Wie ist das? Wie ist das? W darum geht es. Wie ist das? Vielen Dank.